Was mir aufgefallen ist beim Frauenarzt, wenn du als Mann mit zum Frauenarzt gehst, ja, du bist allen vollkommen scheißegal. Niemand interessiert sich für dich. Du könntest als Mann beim Frauenarzt so im Wartezimmer sitzen, einfach so, und eine fremde Frau könnte einfach aufstehen und dir eine Axt in den Kopf hauen und du brichst am Boden zusammen, ja, und die würden maximal so eine alte Decke über dich drüberlegen und die Frauenärztin würde sagen, ja, jetzt blutest du mal, du Objekt.